So, und eins, zwei, drei, oben, vier. Und dann, und schnittsitz, sechs, sehr hoch, okay? Absetzen, sieben, sieben. Jetzt hast du dein linkes Bein, wie lange hinten. Ist das irgendwie so drin? Ich mach das normal ziehen. Versuch mal, das abzugehen. Dann, und 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 dann. Absolut. Wenn ich jetzt bei diesem Schritt vorne mache, dann ist das gut. Okay, nochmal drüber. So. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 12, 13, 14, 17, 17, 18, 18, 20, 21, 21, 22, 23, Hier. Hier, ich versuche seinen Hand und er bewegt mich zurück. Er setzt mich weg. Und hier, ich schaue. Das ist ziemlich interessant. Und auch dieses Throw. Wenn wir zum Throw kommen, wenn wir zum Throw kommen. Wenn wir zum Throw kommen und ich versuche den Weg, und ich gehe von hier, ich bin noch immer wieder protegert. Ich kann jetzt nicht mehr stephen. Und wenn ich jetzt zurückkehre, kann ich jetzt Throw. Und das ist ziemlich unkontrollabel, dass wir das nicht machen, aber man kann es sich selbst checken. Danke, und danke wieder.